Hallo zusammen zu einem kurzen Infovideo. Ich wollte nur Bescheid geben, dass heute mein neues Projekt Polytalk, also auch ein YouTube-Kanal online gegangen ist, bei dem es hauptsächlich um Politik geht. Und ich wollte eben das auf einem separaten Kanal machen, dass eben nicht die Leute, die nur Computer- oder Linux-Videos haben wollen, sich irgendwie dadurch abgelenkt oder gestört fühlen. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut gerne auf dem neuen Kanal vorbei. Es gibt bereits ein Video und darum geht es, ob die Begrifflichkeiten links und rechts in der Politik funktionieren und ob es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und solltet ihr allerdings nur weiterhin Computer- oder Linux-Videos geben, wird sich für euch nichts ändern. Auf diesem Kanal kommen ganz normal die Videos. Ich schaue das auch in den nächsten zwei Wochen wieder, was kommt mit. Ansonsten schaut einfach da vorbei und gebt mir Bescheid, ob es euch gefällt und bis zum nächsten Mal.